Hallo zusammen, hier ist wieder der Tjela und heute wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus der Garnision. Und zwar wollen wir wieder mal 20 große Kisten mit Bergungsgut öffnen. Aktuell brauche ich nur insgesamt 11 Items. Und ja, wir wollen uns heute das eine vom Magier anschauen. Da sind nämlich noch die Eremiten-Sandalen am Start. Und ja, ich hoffe, ich kriege die diesmal raus. Und ja, legen wir los. Schauen wir mal rein, was so drin ist. Beim ersten Item haben wir Garnisionsressourcen. Beim zweiten ebenfalls. Nummer drei hat, wen überrascht es nochmal? Hier haben wir ein bisschen Tierleder drin. Beziehungsweise so ein Rüstungs-Upgrade. Dann nochmal ein paar Garnisionsressourcen. Und nochmal. Und nochmal. Oh nö, jetzt gib mir doch mal ein Item. Was ist denn das? Haben wir nochmal einen Waffen-Upgrade dabei? Also von den Dingern habe ich jetzt mittlerweile schon einige, ne? Mhm, 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 mhm. Wieder Garnisionsressourcen. Jetzt haben wir die Hälfte der Kisten schon durch. Ein bisschen Staub haben wir bekommen. Nochmal eine Waffenverbesserung. Ach Gott sei Dank. Wir kriegen ein Item und da sind die Schuhe. Na endlich. Das hat jetzt aber gedauert. Das bin ich mit dem Magier durch. Jetzt machen wir die restlichen sechs nur auf, ne? Die wir hier rumliegen haben. Also wie ihr seht, habe ich jetzt noch zweimal Hunter. Offen. Einmal DK. Zweimal Schurke. Einmal Krieger. Einmal Schaman. Und dreimal Parler. Also insgesamt noch zehn Items. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst bei den anderen Klassen. Und zwar als nächstes, weiß ich gar nicht, was wir uns angucken, aber auf jeden Fall, ähm, denke ich mal eine von den Midi-Klassen. Also Worry, DK, Parler. In die Richtung werden wir wahrscheinlich gehen. Juti. Dann sind wir durch mit dem kleinen Video. Hat mich gefallen, dass ihr dabei wart. Euer Tolo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.